Der Katerl auch, schau. Aber ich finde, ich kann die Ullei. Ja, nur jetzt brechen wir die Finger drin. Ja, ja. Aber dafür kannst du nicht... Mehr kannst du es nicht zu machen. Nichtsie! Na ja, weißt du noch. Jetzt muss ich doch noch reinschauen, Roman. Ja. Na, reinschaue sie nicht. Was der Christkind gebracht hat, ist sicher Gutes. Ein bisschen etwas für den Gaumen an die Schäle. Nein, wo habt ihr es her? Wo habt ihr das hergelegt? Gestohlen! Was ist es denn? Was ist es denn? Eines Mist. Der ist nicht so leicht zu finden. Nein. Der ist nicht, der ist zu verhofft trinken. Es gibt einen libyschen Fachhandel in Wien. Und da ist ein bisschen... In der Linke, das ist ganz schön. In der Wienzeule, nicht? Oder? Nein. Man, ja. In der Nähe von der Josef-Stetter-Straße. Aha. Das ist der. Das ist der einzige Mist. Das ist der einzige Mist, der den ich selber nehme. Die ich Mist nehme. Einer ist richtig. He? Einzige Mist, die ich gerne nehme. Die Oma hat irgendwann einmal was gekriegt und äh... Da muss ich gleich einen Stammel trinken. Ja, nachher, wenn wir fertig sind doch. Warum nicht? Genauso geschmeckt wie der eigentlich Mies. Der war aber irgendwie mit Maracuja. Und der hat Jambu-Sala gekriegt. Komm, komm daher. Endlich, geh du deine einzelne... Geh die weg, jetzt kriegst du eine. Das ist zu merkwürdig, als die einzelne Kette. Flexib, sitz, sitz. Der ist auch nicht zu lieb, der eigentlich ist. Was ist heutzutage billig? Nichts sonst? Nee. Das geht wahrscheinlich hier auch so drüber. Wie kommt ein Aus-Slex aus? Das ist dein Weihnachtsgeschenk. Das macht man nicht kaputt. Aus-Slex. Aus-Slex. Nein. Nein. Wenn es zu weit ist, kann man es enger machen. Jetzt will ich den Mundreber. Wo ist das? 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 Wir müssen mal schauen, ob es noch eines enger macht.